Herzlich Willkommen zu einem weiteren Pokémon DX Online-Kampf mit von Löher, das bin ich, hallo, und mit meinem wunderbaren, starken Knack-Krack. Wir sind unterwegs, um Punkte zu sammeln und aufzusteigen im Online-Rang-Match und suchen daher jetzt unseren nächsten Gegner. Und ich hoffe, der nächste Gegner hat nicht so eine schlechte Internetverbindung wie der letzte Gegner. Eine neue Challenger. So. Guaduva war mein erstes Pokémon. Mit der war ich an sich auch nicht wirklich schlecht, aber online hatte ich mit der auch noch nicht gekämpft. So. Ach, der ist sogar auf ... äh ... in der C3-Liga. Oh, der ist sogar höher als ich. Alles klar. Auf jeden Fall ist Guadalupe nicht leicht zu besiegen, weil die hauptsächlich fernkampft kann. Oder sowas halt. Warum ging das jetzt nicht? Nein, das wollte ich auch gerade. Ah, scheiße. Och, Mensch. So knapp. Ah. Offensiv und Defensive trotzdem eine volle Punktzahl. Okay, alles klar. Das ist ja an sich gar nicht mal so verkehrt. An Gott, aber es ist schwer dran zu kommen mit so einem langsamen Kämpfer wie meiner. Aber gut, okay. Nicht schlecht gemacht. Hast du gut gemacht, Schwede. Ich wünsche dir noch einen guten Aufstieg. Und wenn dir den Kampf gefallen hat, wenn du von meinen Zuschauern hier bitte ein Like oder Abonnent, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Kampf auch. Und ich sage dann mal Auf Wiedersehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017